hey ho hallo meine freunde und willkommen zu einem neuen stream von mc zocker und heute spielt er wieder auf creeper games hallo auf den schnauze hallo alpha so erst mal ein backflip machen ich würde sagen heute wenn wir ein paar plots bewerten warten bis die ersten schreiben ich schreibe schon welche dass er leipzig bei mir gerade irgendwie mal gucken irgendwie schreibt gerade keine ich will haben wir hier auch schon unsere stream rüstung an jetzt hängt der stream schreibt irgendwie mal in den chat sagen start den stream gleich noch mal neu stoppen jetzt erst mal so leute im technischen problem konnte ich gerade aus was weiß ich den chat nicht lesen ja das daniel nacht der stream ist jetzt wieder online wenn jetzt alles ok ist schreibt auf jeden fall mal in den chat hi könnt ihr mich hören bist du wieder zu hause ja eben ich bin wieder zu hause ich bin montag nacht bin also eher dienstagmorgen früh nach hause gekommen ja man hört dich aber es leckt ja bei mir auch gerade warte ich werde auf jeden fall heute wieder ein paar plots bewerten hier aber schon meine stream rüstung an ja ja wir können dich hören hallo stativ def hallo lightning hd können wir morgen oder heute auf der erst es leckt ja ich sehe es auch gerade es ist ein bisschen ungeschafft ja klar können wir ein bro kannst du mich jetzt grüßen grüße gehen raus an brigitte lettl es leckt stream offline schon wieder wessen die erste dich dann als erstes bewerten die können wir in den chat schreiben wie er in game heißt und auf welchem cb er spielt ich hab schon mal hier in den mp-chat ich bin live so leute danke der ist perfekt grüße gehen raus an ich liebe dich mini mit jaka army ich habe mir heute leider das falsche mein kopf gekauft grüße gehen raus an florian lettl grüße gehen raus an lord fight grüße gehen raus an lord weiter zucker kannst du mal auf meinem kanal vorbeischauen kann ich mir machen aber jetzt nicht hier im stream ja das ist wirklich ach ja leute was ich noch erwähnen wollte ich habe mir jetzt noch den weißen brief gekauft und das neue hunger perk dass ich nichts mehr essen muss du bist so nett kannst mich grüßen grüße gehen raus an mattes grüße gehen raus an aj hat wer bock mit mir einen sommer ferienbauprojekt zu schaffen hier ist auch schon jemand youtube abo box 2 alles klar ja für playstation usw gibt es extra mein kraft okay das wusste ich jetzt gar nicht na wie war der urlaub so es war sehr gut ich war ja auf fortaventura ja es war halt ich war halt das erste mal mehr und war halt ja sehr cool bewertet doch unsere tolle farm th321 farm okay genau da wollte ich auch noch mal sagen das ist nämlich eine coole neue community farm der 321 wird das plot jetzt bewerten dann macht das von dem anderen so hier sind wir schon mal schon mal cool gebaut doch rolex oh gut das geht es lebt wir gucken uns hier mal ein bisschen um hier ist der eingang hier steht ja regeln bitte lesen weitere farmen enderman guardian hexen sind da hier sind zu den wildern kuh schaf und hasen und kaufe einen guten zweck ach so und hier sind dann halt noch ein paar sachen die sie verkaufen ist auf jeden fall eine coole community farm könnt ihr auf jeden fall mal vorbeigucken ihr kommt dahin mit slash ph321 farm oder mit ph ja mit ph321 farm das ist die haben sogar den account so genannt dann so bin gebannt bin auf seinem gs gebannt ph das gs ist auf jeden fall schön gebaut auch hier gerade mit den mit dem glas und so hier oben dann mit dem heißen mit der mit der rakete aber perfekt fleiß an jetzt können wir uns das einmal angucken hier kommt auf jeden fall feuer aus so dass es ein geiler trache okay der sieht echt geil aus bin jetzt vielleicht entband ja ok gibt es nicht zu bewerten weil das herzlich willkommen für mc zocker auf dem plot von flame ok 18 zuschauer nice mc zocker magst du mit mir ein projekt auf gg starten cb ist mir egal ich habe menschen das eine andere projekt am laufen leider deshalb kann ich im menschen nicht noch welche annehmen sucht mich offen erst mal ins da werbung scammer scammer hier sind scammer papier tüten junge scammt und plotter scammt plan item kaufen genau hier der hier verkauft illegal 321 plan items wenn er noch ein altes hat und dann alkohol queen scammt alles klar so werden scammt waren hier ist auch noch einer oder scammt freien tüten scammt kennst du scammt 27k und chink was ich darf natürlich auch nicht für den boosted admin und bester middleman wie findest du katjas neues lied habe ich noch gar nicht reingehört gibt es hatte jetzt schon wieder neu ist oder was kannst du mich fabian und meinen bruder benjamin grüße gehen heraus an fabian und benjamin so ja hallo so ich schreibe noch mal noch mal werbung in chat so so ja gut jüge ähm hi gloria kannst du mal wieder ein mini spiel auf der ps4 machen feier ich zu hart kann ich auch mal wieder machen aber ihr habt die 50 likes auch geschafft deshalb kommt bald das einrichtungsvideo und davor kommt dann auch wie man eine ritterbock baut auch wenn das kack so nein der ist schon eine blume hat er mir gegeben Wie kann man mit dem Handy Frühvergängnis, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht T, P, A, C, C, E, P, T T, P, X So, ich liebe deine Videos, vielen Dank Achso, was ich sagen wollte Wie gesagt, es kommt erst mal Ein Einrichtungsvideo Und ein Ritterbock Video Da werde ich nämlich zeigen Wie man eine richtig coole, auch relativ alte Kaputte Ritterbock baut Konnte euch auf jeden Fall drauf freuen Die wird dann am Sonntag kommen Hi Affenschnauze Liebe deine Videos, danke Fabian Ich spiel mal Fortnite, ich spiel auf dem Kanal kein Fortnite P, E geht nicht Äh Also auf GG Ich weiß gar nicht, was du meinst Oh, Hilfe, hier sind ganz viele Leute Äh Ich habe schon einen Mini-Me-Checker Von einem bunten Typen und einem Affen Angesinnt Ähm Welches GS? Stativ-Dev Ich bin noch mit dem Erst-GS-P Ja 10 Weil es noch nicht fertig ist Ja, auf den Platz Hi, hi, hi Ähm GG gleich gefördert Ja, ich weiß Kennst du Paluten? Ja Paluten ist richtig cool Ich spielte immer mit Jörn, let's play Hier, ich habe sogar hier einen Computer Ähm, Computer, genau Paluten-Kopf von ihm stehen Hier steht er, ja Er hat auf jeden Fall den besten Minecraft-Screen Hier mit seiner Sein Kürbis Hast du Eiken mit 4,3 Abonnenten schon einen YouTuber-Rang auf Ufa-Games? Ähm Weil ich, ähm Den YouTuber-Rang, die bekommen wir erst auf 5000 Ich habe jetzt mal ihn angefragt Da müsst ihr noch auf eine Antwort warten Ähm Hier sind jetzt schon irgendwie seit einer Stunde oder so Fragen ganz viele Leute, ob sie scammen Oder wer wen kennt Mal gucken, ob noch jemand geschrieben hat Ja, hoi Cortana-Event bei meinem zweiten GS in 5 Minuten Startpreis 1 Dollar Ja, moin Bin der Flam Bitte bewerte mein GS, darum habe ich dir die Tulpe gegeben Also bitte eine kleine Bewertung Ach so Ja, mach ich Sein und 4 und L Für ein schönes GS Die gebe ich dir auf jeden Fall gleich Zuerst muss ich kurz zu Ich liebe Mini gehen Hm Ich habe Essen Und ich habe eine Hasenfutte in meinem Infisi Ich gehe vielleicht heute streamen, wenn es klappt Und nice Ja Hi Hi Was gibt's? Ciao, Kiste Hey Ach so Nice, YouTube darf ich mit dir aufnehmen Danke dir Können wir mal Der hat Power 5, Flamme 1, Unbreaking 3, Infinity Jetzt gehen wir erstmal den Bogen Äh, jetzt gehen wir erstmal die Tulpe wieder abgeben Ich sage, pH Wie hieß der jetzt? Ja, perfekt Hier Ich habe es jetzt gesigned für ein schönes GS Hi Und ich würde sagen, wir machen jetzt wieder, wir signen wieder ein Item Heute für das schönste Plop, was wir bewerten Ich streame jetzt auch Nice Burger King Bester Name, Burger King So, was sollen wir signen? Ich würde sagen, wir signen heute einfach mal einen Diamant S Slash Sign Und 4 Und L Für das schönste GS In meinem Stream Kannst du mir was signen? Ich sign, ähm, nicht so viel, leider auch noch keine Scan-Freiheitens Nur halt wirklich für Leute, die ich gut kenne Weil man damit ziemlich seinen Ruf zerstören kann Kannst du mal zwei GS auf CB10 bewerten? Klaro pH Erdbeeren 2 auf CB Wo ich hell weiß Also pH Zwei Ich sag zwei Ähm, streamst du, nimmst du auf mit OBS? Weil halt ja dazu mal eine Frage Ja, ich nehme mit OBS auf Gehen wir gleich zu Erdbeeren Zwei ist pH Ich liebe dich, Mini Danke Ja Geil Dann sag ich jetzt sechs Äh, streamst Ähm, wie geht es dir? Gut und dir, Sarah Mayer? Oh, danke Sag mal eine Zahl zwischen 9 und 10 Vier Ich geb alle Zahlen durch Nochmals über Kopf, geil So Noch eine Zahl Drei Ähm, meine sind bald vorbei Oh, schade Ja, ja Ja, ich hab meinen Kopf gewonnen Ja Ja, ja, ja Er sagt wieder Eins Ich hab meinen Kopf gewonnen Ehre Ehre gehen raus an dich Für diese ganzen Spenden 30 Zuschauer? Lol Hi, Leute Ey Ich Achso Eine Zahl zwischen 11 Jetzt sag ich fünf Ja, moin Lol Nicht so viel Money Bitte Ich spare Hm Okay Ähm Wie ist er jetzt? Ich Vielen Dank Bro Ähm Oh, hier Guck an Er hat mir geschenkt Eine Diamantbrust Einen Diamanthelm Vier Zwiebergesicht Köpfe Und Mein Kopf Und so Warte, warte Wollen wir uns mal morgen Warte, warte Wollen wir mal OBS verbessern? Ja, das Da wär ich dir sehr dankbar Weil ich da Wie gesagt Ja Entschuldigung Das Lull Item Das Lull Item Weil mit OBS hab ich immer noch ein paar Probleme Also das wär sehr nett, wenn du mir helfen konntest Okay, nice Weil bei mir ist da voll komisch Immer so nach 3K Min bricht die Aufnahme ab Okay Das war kein richtig geilen Kopf Und das Lull Item Vielen Dank Den geht sicher Hier Hi, danke Nimm seine EC Machen wir mal Määääää-Määäää Määäää Määäääpfer Määääeäääää wir haben da ja noch im stream noch kurz unterhalten so jetzt gehen wir zu ph erdbeeren 2 auf city bild 10 genau mit den ganzen spenden in der hand gehen wir zu erdbeeren so wo seid ihr ich gehe gerade auf 10 ein blog bewerten wann hast du denn zeit das können wir heute abend nach dem stream wenn du willst noch kurz ausmachen erdbeeren 2 perfekt okay okay oben könnt ihr die spende reinschmeißen das sieht geil aus das ist echt geil okay das ist also wirklich ein sehr geiles haus du hast heute chancen auf den für das schönste gs in meinem stream item also bleibt bis am ende da vielleicht hast du die chance ist zu gewinnen ich habe auch endlich sommer fähre nice geh mal nachher auf cb 16 zu ph habe geiles op gs okay mache ich das portal auf cb 16 okay die 16 hatte man ja auch nicht so viel zeit zu bauen ja dass er auch noch ein ziemlich neues city bild ist ph bitte wird man dann geht es auf cb 11 pihak auf mach ich auch noch war ja wo steht jetzt ph donald duck die und erstrich nur sieben unterstrich 0 beiden Äh, ich wollte dich mal fragen, also, ähm, Dativ-Dev, äh, kennst du dich damit gut aus, mit so OBS und so, und Donald Duck, du hast nichts auf deinem GS. Haha, it's a prank. Äh, bitte wert mal mein Erst-GS-CB1-PH-Lyrex. Ah, ich kenn dich sogar. Bist eine Kuh. Oh, lol. Hä? Och, nee, ich bin bestimmt schon seit ein paar Tagen eine Kuh. Ich hab nämlich irgendwie vor ein paar Tagen Mama-D gemacht, das Kuh-D-Kau, hab's nicht mehr rausgemacht. Äh, der ist Lyrex, bewerten wir. Spieler kenn ich sogar. Hier noch einmal Werbung. Äh, bisschen, bisschen, hier. Einmal. P-H-Lyrex. Lol. Lol. Das ist geil. Er hat eine Villa in der Ha... In der Hausschweben, genau. Er hat eine Villa in der Hausschweben. Er hat einfach eine riesige Villa in der Luft schweben. Okay. Lol. Und hier einfach noch Kartenshop. Ich denke, hier leckt sie ja richtig. Was ist das für ein Merch? Wie groß ist das? Lille Arbeit war es das hier, bitte alles auszuhöhlen. Lol. Hi, kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Lea. Fahre gerade nach Hause und kann dabei leider nicht dein Livestream jetzt gucken. Bitte entblock mich auf WhatsApp. Ich, ich hab dich gar nicht geblockt. Äh. Ich weiß nicht warum, aber ich hab dich nicht geblockt. Wo warst du denn? In deinem Urlaub. Ist ein 16er-Mort. Okay. Ich würde sagen, da müssen uns nicht die Lange drüber streiten. Du bekommst auf jeden Fall heute den Stream, das Stream-Item. Für das schönste Plot im Stream. Das kannst du dann jetzt hier bei mir dir abholen, weil ich hab keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Hm. Also du kannst aber zu mir kommen, da kannst du dir das Item abholen. Weil das ist das geilste GS heute in meinem Stream. Du wirst nur wissen, wo du bist, weil irgendwie... Wie kam ich denn jetzt... Achso, ich kam da oben hoch, gell? Hier. Hi Alpha. Fragt, ob er sich zu dir teleportieren kann. Egal. Ähm, dann machen wir jetzt einfach so. Ich darf zu ihm. T-P-A-C-C-I-B-T. Ähm, hi, ich bin's wieder. Hast du... Ähm, hast du Lust, auch mein Blatt auf PH Hypershop zu bewerten? Und vielleicht einen Gruß bei PH Moneysack Gaming in den Trichter dazu lassen? Äh, ja, ich kann das GS auch gleich bewerten. Und Lyrex. Guck mal deine EC an. Hm. M-S-G-Lyrex. Der kommt in deine EC. Du bekommst auf jeden Fall das Item für das schönste Plot in meinem Stream. Jetzt gehen wir mal zu PH Alpha 2. Das ist sogar Alpha Stein 2008 online. Lol. Okay, auf Sagen. Okay, er steht all. Okay, wir neu kommen. Und so ein erstes. Wir werten. Ja, kann ich gleich machen. Ähm, werte bitte PH Server CB2. 25er Merch. Okay, dann komm ich das jetzt mal besuchen, würde ich sagen. PH Server auf CB2. Hab ich doch richtig verstanden, oder? Oh, too many people login in. We try soon. Äh, geh in den Portalraum. Fein. PH Server auf CB2. Ich muss gehen, kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Lordfighter. Hm, PH Server. Ach, du Kacke. Was ist das denn? Das ist, das GS von Mr. X Gamer Surf. Hier sind Pilzkuhle, Kühe. Nein, ich fly es aus. Das hier kann ich ja gar nicht alles bewerten. Hier geht's in den Nether. Okay, du bekommst auf jeden Fall auch ein, ähm, Item von mir, einen gesigneten Diamond von mir. Oder, ne, ich signe dir sogar einen Kuchen. Ähm, lol, das GS kann man nicht übertreffen. Sehr geil. Äh, kannst du dich grüßen? Du bist mein Lieblings YouTuber. Vielen Dank. Grüße gehen raus an André L.P. Okay, lol. Design und vier und öh. Respekt, Komma. Echt ein geiles GS. Äh, wo ist hier die Spendenbox? Gibt's hier eine Spendenbox, wo ich das da reinwerfen könnte? Kannst du mein ESG jetzt auf die Benommen werten? Ich komm gleich, warte. Ähm, das ist doch bestimmt irgendwo eine Spendenbox. Ja, moin, das GS ist auch noch übel weit oben. Okay, das ist krass. Vielleicht PI, das ist Mr. X ist da an. Nee. Ähm, grüße mich unter FC Bayern Lars. Grüße gehen raus an FC Bayern Lars. Lauf einfach übers GS. Mr. X-Gamer, okay. Ähm, wo ist die Spendenbox? Ich würde dir dann gerne den Kuchen hier geben. So, wir kommen uns jetzt mal in den Kuchen hier. Für GS-Info, PH-Muniserver-Spawn. Golden Hand hat mit 10 von 10 Sternen gewertet. Sept aber auch schon. Ja, okay, geil. Hm. Knopf. Hm. Spenden am Spawn vom GS. Achso. PH-Muniserver-Spawn. PH-Muniserver-Spawn. Ist das auch ihm? Mr. X-Surf. Ist hier irgendwo der Spawn? Nö. Äh. Mini-Server-Spawn. Äh, ich kann mal schauen, wie heißt Ingame. Äh. Ich muss jetzt hier hochklettern. Mit dem Kuchen in der Hand. Hm. Wo ist hier die Spendenbox? Nice. Okay, das hier sieht auch geil aus. Hm. Wieso hast du kein Geld? Ähm. Das habe ich alles auf der Bank. Das kann ich auch abheben. Das kann ich auch abheben. Das kann ich auch abheben. Die S. Hier PH-Server. Auf jeden Fall ein komplett bebautes 25er-Meld. Ist auf jeden Fall sehr geil gebaut. Ah, perfekt. Jetzt ist Fly an. Okay. Hier unten ist dann auch noch ein Villager-Dorf nachgebaut. Also. Oh. Respekt. Das ist hier wirklich ein Geld. Hier ist kein unbebauter Fleck auf diesem 25er-Meld. Man merkt auf jeden Fall, hier wird richtig viel Zeit reingesteckt. Ähm. Am Spawnen vom GS. PH-Server. Ist ne Box XD. Achso. PH-Server. Das ist Rehber. PH-Server. So. Ah. Spenden. Klammern. Wertvolle Spenden. Äh. Was ist hier? Spenden. Admin Spenden. Nee, kann man gar nichts reinwerfen. Loll. Geht doch. Hm. Und. Gratis essen. Dann wir werfen den Cake hier rein. So. Perfekt. Ähm. Hi MC Zocker. Äh. Hi Rodoron. Flieg einmal ums GS. Mach ich. So. Hier hinten ist auch noch eine Riesenvilla. Das gehört hier alles noch zu dem einen GS. Ja, wenn 25er mit so groß. Das ist nicht nur ein 25er-March. Wenn 25er-March schon so groß ist, wie groß ist dann bitte ein 100er-March? Mein Internet ist kaputt. Hm. Okay. Aber wirklich Respekt. Also das ist nicht mehr normal, das GS. Habe auf jeden Fall den Kuchen in die Spendenbox geworfen. M-Slecht-Portal. Also zu wem sollen wir als nächstes gehen? Hast du mich schon vergessen? Nein, Mann, ich sag Gaming. Schreib nochmal hin, auf welchem City-Bild du bist und wo ich dich bewerten soll. Bisher hatten wir wirklich heute nur richtig krasse GS. Aber auf jeden Fall richtig geiles GS. Das stimmt. Geh mal bitte zu PH-Mittelerde. Äh, zu PH-Mittelerde. Äh, das bewerte ich jetzt nicht. Das ist nämlich 200er-March. Und, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen viel zu groß. Ähm, wer interessiert ist, was ich dich jetzt gehst. So. Ich geh mal kurz auf City-Bild 1. Um mal kurz meine Spenden zu verstauen. So. Ja, 13 Zwiebelköpfe mehr. Ich sag, die placen wir jetzt erstmal hier. In meiner Zwiebelbesicht-Kammer. Mh. Hier ist schon alles voll mit Zwiebelköpfen. Hier können wir noch weiter hin. Dann haben wir immer noch 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann hab ich noch einen. Den setz ich auf. Dann hab ich noch magische Flocke. Sagen die 2 Köpfe hier. Place ich noch auf meinem GS. Ähm. Mittelerde ist ein 450er-Merch. Echt? Wurde das jetzt schon mal weitert? Digga. Okay, 450er-Merch. Das ist ja nicht mehr normal. Also wer sowas bebaut. Respekt. Egal, okay. Ich pack jetzt mal kurz die Spenden weg. So, wir öffnen's in die Spenden-Box. Hallo, wäre es okay, wenn wir Ihnen Video-Ausschnitte, äh, verwenden für eine Minecraft-Dokumentation? LG Anna-Marie vom ZDF... Was? Äh, ja. Äh. Ja. Natürlich. Äh, lol. Äh. Ja, klar, warte, ich schreib's in meinen Chat. Ja. Lol. Äh. Was ist jetzt los? Der Chat eskaliert komplett. Äh. Äh. Say fake? Guckt mal kurz auf den Kanal, um mal zu gucken, ob das fake ist. Warte, ich guck mal ganz kurz mit dem Zeit-Account. Ernst, ich geh nun zum Chinesen. Ist es fake? Ist fake? Oh, schade. Ah, Hülter. Ja, fake. Ja, äh, 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 das, den, das, ähm, vergessen wir dann ganz schnell mal wieder. Äh, ist der Kanal fake, Leute? Ich scroll mal noch mal ganz kurz hoch. Äh. Äh, soll ich eine Zeichnung von dem Minecraft-Dream machen? Ja, das wäre echt cool. Man ist ja gerne mir auch gefällt. Das war gerade leichte Eskalation. Kann der mal wieder was schreiben? Ja, der Kanal ist fake. Äh, schade. Die Zuschauer sind es gerade. Es lädt bei mir nicht. Supi. Ach man, ZDF, auch verarscht ihr mich. Wenigstens kann ich, wenigstens kann ich jetzt, wenn der Stream zu Ende ist, richtig Clickbait machen, Alter. ZDF reagiert während meines Streams auf meinen Stream. Ähm, haha, ich wöre, das macht jedes Mal Spaß, damit kleinere YouTuber zu verarschen. Dum, dum, dum. Das war so klar, Digga, ne? 20 Zuschauer, ach komm, ZDF. Irgendwie nicht witzig. Das hat wehgetan. Ehrenlos, du bist ein Ahnung. Genau, erstmal vom Streamban. Kannst du vielleicht meinen Erstgastbewertung auf CB9? Würde mich mega freuen. Ja klar, das mache ich jetzt. Jetzt habe ich mich gefreut, T-T-R. Sag eine Zahl zwischen 1 und 6, bitte. Oh, hier liegt ein Züberkopf. Ein bisschen Drollen ist doch nicht schlimm. Komm, CB6 gleich. Gehen, leichter, wechsel, schnell, CB. Ja man, hier liegt noch ein Kopf. Ich fang hier vom Baum. Oh Mann, Leute. Ihr seid gerade alle auch so ausgerastet, oder? Kann das mal, kann bitte mal jemand meine Reaktion klippen? Aber wie, warte, wie viele Minuten sind wir? Das mag ich, das mag ich nachher klippen. Äh, äh, äh. Wie lange geht das Team schon? Kann man, ich suche die Stelle nachher raus. Nicht witzig, oder? Ja, das kann man so ausgerastet werden. Ja lol. Äh. Ich lieb... Hi. Ich werde das nicht, ich muss das so klippen, Alter. Hä? Oha! Oha! Danke! Oha, vielen Dank. Dieser Schutz gehört MC-TALKER nicht lang. Danke. Ähm, der Stream läuft seit 40 Minuten. Okay, danke. Ich muss das so rausklippen, Alter. Ich mach daraus ein Video. Ja, bitte. Ja, bitte, Fabian, lad's auf deinem Kanal hoch. Ich mag's nämlich und schick's mir per Insta, Digger. Ich muss das klippen. Ja, moin. Oha, Ehre. Danke. Das weiß ich selbst nicht mehr, was ich sagen soll. Das war grad irgendwie... krass. Ach so, stimmt. Das GS hier hatten wir sogar schon mal bewertet. Das fand ich ja richtig geil wegen dem Zuckerrohr hier. Stimmt. Edmund Evil Cop hast du sogar... Ja, genau. Das war da hinten, das. Ja, moin. Woher hat der noch den Kopf hier gegeben? Vielen Dank. Kannst du den verlosen? Laro. Okay, Leute. Es wird mir wieder Zeit, einen... Edmund Evil Cop zu verlosen. Ich werde nämlich jetzt den Edmund Evil Cop verlosen. Wollt ihr eine Mathe-Aufgabe oder eine... Krüvergams-Aufgabe. Schreibt mal in den Chat, Hashtag GG oder Hashtag Mathe. Hashtag GG oder Hashtag Mathe. Hashtag GG oder Hashtag Mathe. Hashtag GG, Hashtag GG, Hashtag GG. Hashtag GG, Hashtag GG. Hashtag GG. Mathe, GG. Okay. Klar und deutlich, Krüvergams-Frage. Ich hatte ja letztes Mal die Frage, wie es Übergesicht mit Vornamen heißt. Die stelle ich jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt stelle ich euch die Frage, was wäre eine gute Krüvergams-Aufgabe? Ah, perfekt. Ich glaube, ich habe eine. Oh, lol. Alle schreiben Krüvergams. Obwohl die da, die kennen halt auch nur sehr aktive Spieler, die eine Frage... Hm, ich will eigentlich keine zu leichte machen, aber auch keine zu schwere. Geht, wie gesagt, um diesen Admin Evil Cop, den ich noch signiere. Lässt sein und 4 und L. Ich habe dunkles Blut. Blut! Nein, ich habe es mit D geschrieben. Ich bin doch so dolly, ne? Ja. So. Ich war auf jeden Fall eine Krüvergams-Aufgabe. Warte kurz. Jetzt muss ich erst mal richtig schreiben. So. Hm. Alles, woher ich den Krüvergams. Ähm. Wem gehört auf City Build 1? Warte, ich zeig's euch einmal. Direkt, wenn man am Spawn ist, direkt dann geradeaus das Spawn-Plot. Direkt geradeaus auf City Build 1. Ich sage euch schon mal, es ist jemand in Boosted-Clan. Wem gehört dieses GS? Oder Boosted? Was red ich da? Egal. Ähm. Lane Time. MoneySec Gaming. Respekt an dich auf jeden Fall. Du warst sehr schnell. Kennt wer kleine YouTuber, die ich nicht verarschen kann. Och, ZDF, Mediathek. So langsam wird es nicht mehr witzig. Ganz im Ernst. Ich kick dich gleich. Nein, Combo, du warst nicht Erster. MoneySec war Erster. MoneySec hat dann sogar alles groß geschrieben, wie es richtig war. MoneySec, bitte komm auf mein erstes Gers auf City Build 1, um dir deinen Admiral Evil-Kopf abzuholen. Ich war erster Mann. Nein, der kommt jetzt. Sei bitte ehrlich. Wenn du schon bei einer verlosen Teilung hast, du hast ganz klar gesehen, dass MoneySec Erster war. Schau doch, ich hab geschaut. Hier, Lane Time war der Erste. Ich hab's gesehen. Äh, Lane Time war der Erste. MoneySec Gaming war der Erste. Warte. Money Time, äh, schreib mal bitte, wie du Ingame heißt. Ich bin offline, sorry. Okay, dann machen wir eine neue Frage. Die neue Frage wird dann... Was? MoneySec? Ich bin offline, sorry. Ähm, kannst du ihnen den Spendendrichter CB11 PH MoneySec Gaming geben? Ja, mach ich. Dann gibt's keine neue Frage erst mal. Ah, so. P... City Build 11 PH MoneySec Gaming. Guck, ich hatte vorher... Nein, Justin Gaming. Sei doch einfach mal ein fairer Sportsmann. PH MoneySec Gaming. Ah, ich backe. Ah, ja. Danke an alle... Danke an Jan für das tolle GS. Perfekt. Oh, ist sogar ganz schön. Hihi. Komm schon wieder rüber auf City Build 1. Äh, ich wöre Junge guck. Ich wöre Junge guck. Justin, ich hab mehrmals geguckt. Und es war MoneySec. Ich wöre guck, du Idiot. Wenn du jetzt nochmal beleidigst, wirst du gekickt. Idiot. Okay, Justin. Sorry, aber ganz im Ernst. Idiot. Ja guck. Beleidigen musst du hier nicht. Nutzer auf... Ähm... Nutzer... Nutzer... Horagent blockieren. Ja, guck. Ja, guck. Beleidigen musst du hier nicht. Okay, für 300 Sekunden ist jetzt erstmal weg. Ist also. Ja, alle haben nachgeguckt, genau. Kannst du vielleicht mein erstes Bewertung zu binden? Mache ich YouTube-Abo-Box. CD-Bild 9 sagst du? Es war gerade irgendwie... Ich bin irgendwie gerade noch ein bisschen aufgeregt, wie so ein ZDF-Ding. Wie gesagt, Fabian, bitte... Bitte clipt das einfach. Äh... PH... YouTube... Abo... Jetzt müsste er halt auch kommen. Ja, weg mit dem. Mh... Hab ich hier eigentlich ein Blot auf CD-Bild 9? Oha! Ich hab ein Blot mit Erde. Geil. Ähm... Erde. Warte. Warte mal. Ja. Pera YouTube... Abo... Box kommt nicht. Darf ich die Frage stellen? Wegen dem Kopf? Der ist schon... Hallo, moin. Das ist ein Gaming. Ähm so. Ich schreib, wenn's hochgeladen ist. Okay. Danke, Fabian. Das müssen wir auf jeden Fall... Das muss ich sowas von klippen, Digga. Auf jeden Fall, das wird vielleicht auch mit nem anderen Video vielleicht noch so... Ich werd das wahrscheinlich in noch nem anderes Video so einmal davor schneiden. diesen Clipboard im CDF, der war einfach zu geil, Allah. Ganz im Ernst. YouTube-Abo-Box kommt leider nicht. Und schau, du bist doof, ich halt ab. Der Kombo. Gönn's ihm doch, dass er gewonnen hat. Er hat nämlich gewonnen, das kann hier auch jeder bestätigen. Dass sich alle ausraschen, nur weil sie nicht gewinnen, Allah. Der hält sich lieber vom GS noch ein paar Köpfe. Ich hab jetzt noch ein paar Züberköpfe von dem bekommen. Bisschenweise gefunden, weil sie ja vom Baum gefallen sind. Jetzt komm ich hier nicht mehr durch meinen eigenen Eingang. Hä? Äh, lol. Die Tür war zu... Die Tür war zu... Die Tür war zu... Die Tür war zu... Jetzt ist das Gemälde hier. Warum waren die zu? Erstmal jetzt wieder das Gemälde suchen? Ja, moin. Das ist vielleicht etwas groß. Wo ist es denn jetzt? Ah, hier. Ähm. Leute, seid doch gute Verlierer in Verlosen. Ja. Ist halt eigentlich wirklich so. Jetzt könnte dieses Bild... Bitte mal bleiben. Wo ist denn jetzt dieses Gemälde hin? Puh. Ah, hier ist es. Ich würde sagen, ich häng jetzt kurz die Züberköpfe auf. Hm. Wo hängen wir die hin? So. So. Und zick. Jetzt werde ich das gleich noch... so. So. Jetzt lassen wir das einfach mal. So. So. Dann gehen wir auf City-Bild. Dann gehen wir auf City-Bild. Wir gehen jetzt erstmal zu... so. 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 die erste Frage. So. Leute. Die Frage, die ihr jetzt hier im Chat lest, werde ich noch mal laut vorlesen. Und die gilt es dann zu beantworten, wenn ihr, ich würde sagen, als erstes mal die Crash-Überlebender... äh... eine Crash-Überlebender, äh... Sache gewinnen wollt. Soll ich auf... ich könnte nochmal auf... egal. Ähm. Darf ich ein Hemd... erhalten? Ich meine ein Schaufel. Wie heißt der erste Harry Potter Band auf Deutsch? Okay, Leute. Oha, danke. Wie heißt der erste Harry Potter Teil auf Deutsch? Das ist nicht schwer. Ich weiß es auf jeden Fall. Wie heißt der erste Harry Potter Teil auf Deutsch? Das war der... Punkt, Punkt, Punkt. Der erste... Stein der Weisen. Maxify. Ich neid mit, ähm... Dings, aber Stein der Weisen ist richtig. Mit Movie Maker. Ja. Maxify. Herzlichen Glückwunsch. Spielst du auf Griefer Games? Du bekommst auf jeden Fall... Warte... Ähm... Warum hab ich Essen im Inf? Ich hab nur Hungerpark. Ähm... Also... Maxify. Spielst du auf CB1? Äh... Überhaupt auf Griefer Games? Die Zuschauer sind es gerade. Könnt ihr meinen Chat schreiben? Heißt der Ingame? M-S-I-Talo. Auf welchem Sittabild spielst du? M-S-I-Talo. Ja, äh... Auf welchem... Achso, MSL meinst du? Bist du aber grad nicht online? Maxify. Komm bitte auf CB8 dir die Belohnung abholen. In der Zeit könnt ihr mal das Essen hier wegschmeißen. Ähm... Oder wir fragen ihn mal... Willst du lieber ein Crash-Überlebender-Hemd? Oder eine OP-Geburtstags-Item halt des... ähm... Geburtstags-Item von Abka mit Effizien 22. Das ist ja ein Atom-Item als der 22. Wotkantmeer-slash-Geburtstag eingeben, wenn ich mich nicht irre. Spiel läuft sich über 16. Maxify. Ich komme rüber. Ich komme geeilt. Was von den beiden Sachen willst du? Komm bitte auf mein GS, weil sonst kannst du mich killen. Dann hast du dann direkt alle Belohnungen. Das wollen wir nicht. Es sollen ja auch noch andere die Chance bekommen. Aber Harry Potter wussten schon nicht mehr so viele wie Lane-Time. P-H... Achso, ne. M-S. Achso, er ist gar nicht online. P-H-M-S-L-M-T-A-L-T-O. Hä? M-S. M-S-I. T-A-L-T-O. Es sind I. Achso. Ähm... Hast du denn hier eine Spendenbox, wo ich dir dies rangemäßig gönnt? Für jeden 50 Dollar gewonnen. Na mein. T-A-X. Also. Hier hat er einen kleinen Biken gebaut. Wie süß. Äh, was willst du denn von den beiden? Ähm... Derzeit nicht online. Du kannst auf C-B16 zu meinem P-H-1 und es in... Ein... Bin nicht online. Kannst Richter werden. Okay. Was willst du denn von den beiden? Ähm... Beiden geben. Links ist eine vorne. Kannst mir eins von beiden geben. Links ist eine vorne. Ah, hier hilft mir schon jemand. Ah, hier. Perfekt. Ich würde sagen, wir geben dir eine Crash-Überlebende Brustplatte. Hast du ein T-Shirt? Perfekt. Dann geht der Weihnachtsmann mal weiter. Ähm... Dein Stream ist so nice. Danke dir, MoneySec Gaming. Hey. War kurz einkaufen. Bin wieder da. Mein Kumpel hat gesagt, ZDF war da. Ja, ZDF war da. War aber leider dann doch nur... Bluff. Okay. Ähm... Die nächste Aufgabe, bitte... Jetzt schließe ich die ganze Zeit hier Minecraft. Also... Ja, manuflockt. Alle sind ausgerastet. Und dann kam raus, dass es doch halt nur... Paper. Also, die nächste Aufgabe stelle ich dann mal wieder. Diesmal geht's um... Die... Also, um das OP Geburtstags-Item. Und was es ist, habe ich euch schon mal erklärt. Also, Leute. Die nächste Frage um die Schaufel wird sein. Haltet euch fest. Booster. 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 Ähm... Bin wir da. Hi Fabi. Hey, ja. Das ist so. Ist so. Also, die nächste Frage um die Schaufel ist... Mh... Wie? Mir reicht auch nur ein bisschen vom Namen. Wer hatte vor ein paar Tagen Geburtstag aus dem Kyfer Games Team? Es ist ein Test-Supporter, sage ich schon mal. Welcher Test-Supporter hast du vor ein paar Tagen Geburtstag aus dem Kyfer Games Team? Das ist nur einmal eine schwerere Frage. Mal gucken, ob das jemand weiß. Mir reicht auch nur ein bisschen vom Namen. Ich soll halt nur erkennen, dass er gemeint ist. Und für jeden 5.000 Dollar gewonnen! Ja, moin! Ja, genau deshalb bin ich auf dem CB geblieben. Geil. 5.000 Dollar gewonnen, Digga. I love you. So, wie heißt der? Hä? Ich? 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 Lel, das weiß ich nicht mal. Okay, dann löse ich auf. Ne, nicht mehr nach Mina Gornas. Das ist ein, ähm... Moderator. Es war nämlich Cosmo. Cosmo X hatte Geburtstag. Egal, dann eine andere Frage. War zu schwer? Mach ich eine leichtere? Mh? 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 Viel Spaß damit. Mh? Mh? Dann muss ich jetzt noch eine Frage raushauen, die nicht ganz so schwer ist. Mh? Die... Die darf auch nicht ganz so leicht sein. Hä? Schon wieder für jeden 1.000 Dollar gewonnen, Digga. Ich bleib jetzt hier auf dem CB, Digga. Hier habe ich jetzt schon 6.050 Dollar innerhalb von 5 Minuten gemacht. Aber... Kommt mal alle hier rüber auf CD-Bit 16. Hier ist gerade Money Drop. Ich habe nur 5 Dollar und immer, wenn ich oft bin, sind Minitrips. Oh, sorry. Ich habe noch was zum Verlosen. Mein Plot. Also die Schaufel. Die Frage wird jetzt sein... Wieder eine Harry Potter. Oder ne, keine Harry Potter. Einfach jetzt eine Matheaufgabe. Was sind... 9 mal 9. Hiernach kommt wieder eine schwere Kühlvergänzauffrage. Was war jetzt? K.O.L. Rechte gewonnen. Achso, LOL. Digga, hat er sich irgendwie 30 Supreme Kisten oder so gekauft? Ähm... Und der erste... Ja, Gornas ist kein Test. Es wurde genau... Ähm... 81. Dark Raven war erster. Bist du auf FIFA Games? Dark Raven. Spielst du auf FIFA Games? Und wenn ja, komm bitte auf CD-Bit 16. Ich mag nämlich hier nicht weggehen, weil hier sind grad übel viele Money Drops. 5.000 Dollar von Bella. Nimm mich. Dark Raven? Nein, kann leider nicht spielen im Moment. Gib sie dem zweiten. Okay. Maxi Fall. Du hast geschrieben, dass du erstes stimmt nicht. Äh... Achso, hier ist jetzt noch der Ich-Liebe-Dich-Min. Der wollte ja auch noch was verlosen. Bitte nur bei den Verlosungen, ähm, teilnehmen, wenn ihr auch wirklich auf FIFA Games spielt, weil sonst ist ja blöd. Was? Die verlosen, frage ich. Ähm, mach die nächste Frage. Okay, ich würde sagen, die nächste Frage geht um. Maxi Fall, ich stehe ganz oben. 2 über Dark Rewe. Nein, du stehst nicht über ihm, aber bitte komm, dass CD-Bit 16 kann, kann ich dir die geben. Und wenn du nicht kommen kannst, ich verlasse gerade ungern. Das CD-Bit war dir ja gerade, ja. Und schon wieder 5.000 Dollar Money Drops. Und für jeden 200 Dollar nochmal, das ist nicht mehr normal. Loll? 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 Der hat jetzt irgendwie schon... So stehen haben wir jetzt schon 7k oder so bekommen. Geh zu meinem Plot von vorher. Ich bleib jetzt auf CD-Bit 16. Stream. Der höchste Gewinn in der Supreme-Kiste. Der höchste Gewinn. Ich glaube, es gibt 50 Boostern und so. Also. Ähm. Hi Willkommen. Hi Willkommen im Stream. Maxi Fall, du lügst, bettel nicht auf das, was ein anderer gewonnen hat. Ja, ich hätte es dir gerne gegeben, aber... Dann bekommt es jetzt der Keks Leon. Der war nämlich auch ziemlich gut. P-H... Oder... Mein... Erskers. Dann bekommt der jetzt die Schaufel. Und danach verlosen wir... Zwei Beacons und die letzte Crash-Überlebender. Ähm. Prost. Platter. Äh, hä? Bei mir ist oben. Kann ich ein Screenshicken sehen? Hi Marcel Davies. Mein Erster ist Keks, Lilian. Maxi Fall, du warst wirklich nicht Erster. Dann backt es bei dir, ja. Und nochmal für jeden 1000 Dollar. Leute. Dieser Spieler hat grad irgendwie 5000... 5000 Euro in den Supreme-Kisten gesteckt. Und macht jetzt so krass, Digga. Ich hab jetzt 7k oder so an dem grad bekommen. Ja, kann sein. Kommt mal vor. Maxi Fall, wie heißt du irgendwie im wilden Screensinn? Also, kann... Kommt der jetzt? Ich würde ihm doch nur seinen Preis geben. Aber niemand kommt, der gewinnt. Ich schreibe dir gleich eine Frage nochmal. Weil die andere hast du... Sag die Antwort. Okay. Stell die Frage. Ich würde sagen, dann verlosen wir jetzt einfach mit der Aufgabe die Crash-Überlebende Brustplatte und 2 Weakness. Die Schaufel werden wir dann nachher nochmal verlosen. Weil irgendwie... Ich kann aber bitte wirklich nur teilnehmen, wenn ihr auch auf Kyfa Games online seid und kommen könnt. Gleich, wenn du sie verlost. Geht los. Okay. Ich werde jetzt auf jeden Fall alles vorlesen. Abhör... Perfekt Luxon. Dann bekommst du hier die Schaufel. So, ähm... Ja, bin grad nicht so daheim. Schick da einen Ingame-Namen oder so. Aber ich lüge nicht. Sowas ist unkollegal. Kannst du mich grüßen? Kurs gehen raus, denn ich mag ein Hörner, ja? Hörner. So, dann stell die Frage. Dann... Damit wird dann... Werden dann die 2 Beacons und die letzte Crash-Überlebende Brustplatte verlost. Kann man in der epischen Kiste 25 Booster gewinnen? Ja oder nein? Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt. Kannst du meinen Kanal grüßen? Grüße gehen raus an Alpha. Hallo, hallo, mobile LP. Nein. Was stimmt? Nein. Okay. Dann ist das richtig. Ähm... CB Nature 1. Äh, dann komm bitte auf City Build 16 auf mein SGS, dann bekommst du den Preis. Nämlich die 2 Beacons und die Crash-Überlebende Brustplatte. Okay. Schick genommen. Das sind nicht hier so viele Leute. Du... Gehst du das? Warte. Ähm... Okay. CB Nature. Wie heißt du denn in-game? Du hast wahrscheinlich nicht Nature. Das ist ja das City Build. Jetzt hat er, glaube ich, alle Kisten geöffnet. Nein, danke. Ich hab... Ich hab... Äh... Ähm... Nuhungerkerk. Bin wieder da. Heimat des Metzger. Komme. Ja, Nete. Wie heißt du denn in-game? Will den ganzen... Will den Tag jetzt aber nicht in den Stream schicken. Ja, du kannst ja gucken, wie du willst. Also... Okay, er ist auf jeden Fall auf's Weg. Oh Mann. Schreibt jemand? Okay. Ja, zu allem schreibt dann bitte auch einmal in den... Ähm... Hier in den Stream-Chat, wie du in-game heißt. Dass ich jetzt nicht im falschen alles troppe. Ähm... Ich... Ich... Blüm... Alles klar. Ich... Bingo. Okay. Ähm... Es müssen... Ah, perfekt. Komm mit. Ich erfolge mir. Tja. MSG. Da fliegen jetzt alle hinterher. Und wieder 50 Dollar für alle. Ja, moin. So. Die lassen schnell auf. Ja, ja. Fein. Hat weiße Farbe gewonnen. Ja, moin. Was ist denn jetzt los? Was? So. Kommst du einem anderen CB? Ich hätte was bekommen sollen. Hättest du gesagt. Kann ich grad nicht zocken. Bin im Urlaub. Okay, schade. Ähm... Was? Komm, wir gucken erst mal in das Inf von dem. So. Weil der hat jetzt... Nein. Der heißt... Bella Bonche. Was der jetzt schon alles gewonnen hat. Achso. Er hat... Gleich hat nochmal sein Inf gelöscht. Äh... Ausgeschüttet. Ähm... Ja, okay. Er hat... Viele. Kissing One. Und... Wieder 50 Dollar für jeden. Geht auch, wenn man Spenden-Trichter hat. Ähm... Ich würd gern... Ich würd euch allen empfehlen... Ähm... Jetzt auf CityBild 16 zu kommen. Weil da... Gerade mega viele Money Drops sind. Da kam jetzt innerhalb... Zehn Minuten irgendwie... Äh... 15k oder so. Oder 7, 8k. Noch Slash Money. 123k. 2000. Das sind nicht mehr real, diese Money Drops. Schreib mir bei Gelegenheit. Okay. So. Ich würd sagen... Ich verlose jetzt... Ähm... Mh... Einen Zwiebergesichtskopf. Den... 5000 Dollar von Bella Bonche. Diamantblock. Und... Den Banner. Und ja. Die drei Sachen hier verlose ich jetzt. Das ist für heute dann die letzte Verlosung. Wie heißt du in-game-mc-zogger? MC-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger-zogger. Der erste, der eine Zahl zwischen 1 und 3... Äh... Ne... Jetzt ist schon... Leider hab ich schon die andere Frage gemacht. Ähm... Lotbaros. Schon wieder richtig. Du hast eben ja schon gewonnen. So egal. Also... Wie hieß du jetzt nochmal? Ähm... Auf jeden Fall... Kannst meinen Diablog noch dazu nehmen? Wer ist ja lautwares, lautwares, lautwares. Äh... Ich... Bin... MSG... Ich... Bin gar... Komm... Nimm fließt die TPA an. So. Ey, ich liebe dich, Mini. Ey! Hast du... Hast du grad die... Das... Das ist... Das ist... Das sind seine Sachen. Okay. Ich vererste... Ich vererste... Ich vererste... Nein, bitte... Seid doch einmal ehrlich. So. Na guck mal... Hast du die Bild? Sechste ist grad mega überfüllt, wegen diesen Money Drops. Ja moin... Na ja egal. Bei mir war... War... Ich Erste. Aber ich gönn's... Dir. Irgendwie zufällig sind bei euch immer... Seid immer ihr Erster, ne? Achso. Ich soll die TPA nehmen. TPA... TCEP... T... Hi. TPEX. So. Entweder kommst du noch bei mir auf... TPEX. Entweder kommst du noch bei mir auf... TPEX. Ich komme gleich. Danke. Verlose ich dann vielleicht noch nächstes Team. Aber diesmal war es das erstmal mit Verlosungen. So. Der Bug war vorher bei mir auch. Okay. TPEX. Ich hätte die Schaufel bekommen sollen. Und dann wurde... Wurde ich gekickt. Okay. TPEX. Wie heißt du im MC Zocker? Ich schreib es einmal in den Chat hier. Ich heiße MC-Zocker-Trad21. So. Der Stream ist dann auch bald zu Ende, würde ich sagen. Viertelstunde noch oder so. Dann war es das. Ähm. Ihr könnt mal in den Chat schreiben, was ich die letzte Viertelstunde noch machen soll. Warte. Ähm. MSG. Hast du noch die letzte Viertelstunde? Warte. Okay. Jetzt öffnet der nächste, äh, Kisten. Also. Oh. Auf C216 sind anscheinend immer viele Kisten. Kannst du mir Mod geben? Ich geb nicht jeden Mod. Sorry, Bro. Äh. Verstecken wendet dem Gewinner. Spendiere ich 1K. Ähm. Ja, schau nachher mal. Das können wir im nächsten Stream vielleicht mal machen. Das ist keine schlechte Idee. Ja, ich schau nachher mal Insta vorbei. Ähm. Hab alles verlost. Äh. Luxamos mag ich auf jeden Fall nachher. So. Ich kann nicht mehr schreiben. Mache ich. So. Jetzt würde ich sagen, sollten alle Kisten geöffnet sein? Hättest du lieber YouTuber Rang als Griefer? Ja, klar. Weil, naja, das ist einfach cool. Das ist einfach was. Ich hab angefordert, aber mal gucken, ob ich ihn bekomme. Wird mich auf jeden Fall mega freuen. Ok. Kannst du mir gerne einen Termin schreiben? Ähm. Hättest du lieber... Moin, bin neu. Hi, Zocker. Wann ist der nächste Stream? Nächsten Freitag hab ich keine Zeit. Höchstwahrscheinlich in zwei Freit... Übernächsten Freitag wahrscheinlich. Der erste, der eine Zahl zwischen eins und drei sagt, bekommt was. Vier. Richtige Zahl. Daniel Gamer. Achso, hat da noch jemand Verlosen gemacht? Ah ja, hier. Ich liebe dich, Mini hat was verlost. In meinem Steam Allah. Geht ja gar nicht. So. Daniel Gamer. Daniel Gamer ist nicht online. Er ist leider nicht da. Daniel Gamer, du hast gewonnen, aber du bist nicht da. Ich kenn dich von ab. Nice, Franz. Er soll ankommen. Wenn er... Heißt du in dem Frost Core Gaming? Frost... Core Gaming. T-P-A-Frost-Core-Gaming. Achso, ne. Ähm. PH2. Ich will ähm... MSG. Ich. Ähm. Was gibst du ihm? T-P-A-Hier. Ähm. 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 Frost... Core Gaming. 2K! Ah, okay. Dann kannst... K-Frost-Core-Gaming. Hab auch einen YouTube-Kanal, aber noch keine Videos. Okay. Schade. Ich würde so gern gegen dich Mini spielen. Können wir auch mal machen? So, Pay mit 2K. Ich liebe dich Mini. Dann würde ich mal mein Geld auf die Bank machen. Slash Bank. Einzahlen. Eins, zwei, drei. Sieben, zwei, sieben. Mache ich. Ich baue mit. So, Leute. Wie geht's dir? Gut, Franz L.P. und dir? Ich würde sagen, hiermit mit den Worten beende ich auch den Stream. Am Sonntag kommt... Jo, vielen Dank für 1,8K! Eva! Ja, okay. Einmal noch den Chat vorlesen. Ähm, wie stehst du zu den dämlichen Servern durchrasten und OP-Sucht? Ach, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich finde die Videos von Septo und in der HD drüber witzig, aber naja. Kannst du mein GS bewerten im nächsten Stream? Moin! Hi, YouTube-Kanal. Nice. Ähm, mach mal slash PRFrostcore. Ich bewerte jetzt nichts mehr. Wollte dir grad YouTuber-Rang kaufen, aber er geht nicht. Ja, YouTuber-Rang kann man ja nicht kaufen. Den kann man nur haben irgendwann, wenn man viele Abos hat. Kann ich modabgehört auf dich reagieren? Äh, tschüss. Gut, ich habe leider nur 17 Abos. Wolltest du nicht noch bei mir vorbeikommen? Das mache ich alles im nächsten Stream. Ja. Also, ich würde sagen, Leute, das war's hier vom Stream. Wenn's euch gefallen hat, lasst gern Like da. Am Sonntag kommt noch ein dritter Bock-Tutorial. Habts noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao!